Etwa 10 Prozent der Jugendlichen in Deutschland haben schon mal illegale Drogen konsumiert. Das Internet und soziale Medien überfordern mit ihrer Informationsflut. Wie können wir sie bei Sucht und Lebensfragen unterstützen? Bluebase ist die Plattform mit relevanten Artikeln und aktuellen Themen aus der Lebenswelt der Jugendlichen. Vielfältige Themen, ausgewählte, geprüfte und interaktive Inhalte, die Jugendliche aktiv mitgestalten können. Über 1000 lokale Hilfsangebote im Beratungsstellenfinder und ein KI-unterstützter Helfer kompletieren die Bluebase. Weiterempfohlen in der Fachwelt. Gestalte mit uns eine moderne Suchtprävention. Bluebase – die Suchmaschine für Sucht- und Lebensfragen.